und das wird hier auch alles frisch gebacken und es riecht ja auch total lecker nach bäckerei die hälfte ist um die 300 pro abfahrt und wenn es 300 gäste pro abfahrt sind dann kann es natürlich mal passieren dass wenn wir nicht rechtzeitig rumhalten weil es nicht ausgeht oder kein proteinpreis ausreichend packen werden kann deshalb bitte das vorher anmelden das wäre